So, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins 100% Challenge Maps, stehen an mit Deathstroke, 25 bis lebenslänglich, die zweite Kampfkarte. Ich will mal Kampagne sagen, das macht ja Gewohnheit, weil wir ja bald in die Kampagnen wechseln müssen. Aber jetzt handelt es sich ja noch um Rangkarten. Das wüsste ich auch mal zu gern. Auf geht's. Da ihr Armee fällt reet. Und alles Gute kommt von oben. Also dadurch, dass er einen Betäubung, äh, einen Betäubungsschlag hat, muss man den halt auch häufiger verwenden, um Punkte zu farmen. Ich bin mal gespannt. Geht Kling... Ah, okay. Klingducken ausschalten kann der Gute auch. Übrigens, falls es so aussehen sollte, ich drücke nicht mehrmals, ähm... Das Gadget für seinen Stock. Er schießt automatisch mehrmals ab. So, dann schalten wir dich so aus. Mit dem Angriff von oben. Ich halte, dass es da nicht so langsam rangezoomt ist. Das hätte bestimmt auch cool aussehen, von Deathstroke aus der Luft eine Gewatsche zu bekommen. Gut, wir haben schon zwei Medaillen. Dann rutsche ich mal wieder in euch hinein. Ich liebe das irgendwie. Betäuben wir euch mal. Oh, der ist ausgewichen. Das war natürlich nicht gut. Der hat mir dadurch mal ein Kombo für uns. Noch einmal betäuben, bitte. Was willst du denn eigentlich? Ist der Kreisfahrt geschlaglich toll? Und gut, es ist eine Schleppbrüche. Da der Stock nur drei Skins hat, werde ich die Rankkarten im normalen Skin spielen. Die Kampagnen in seinem zweiten Skin. Und die Custom Maps in seinem dritten. Okay, wir haben auf jeden Fall schon unsere erforderliche Punktzahl erreicht. Deswegen kann ich mal ein Rundherum ausschalten machen. Hey, guck. Ich sag dich ja. Das habt ihr vielleicht schon gesehen in dem Storyabschnitt. Klingducken ausschalten in der Story gelingt mir nie, aber bei Kampfkarten klappt es. Leider habe ich mir gerade eben die Kombo wieder verhunzt. Genau gesehen, dass du mich abwerfen wolltest, du Schweinehund. geklономst. Ich geh. Kohizar. Wie ist er? Dann hast du dich abwa storyline.